Boah, ich glaube, ich kann revealen, was ich genau in diesem Moment mache, wenn diese Folge online kommt. Tim, kann ich da schon sagen, was ich da mache? Boah, aber ich glaube, ich weiß selber nicht, oder? Ich glaube, du weißt es nicht, ne. Warte, wir warten kurz. Falls ich das sagen kann, ist es übelst cool. Lass dir einen zweiten Sch*** operieren? Herzlich willkommen zum Edeltalk zusammen mit Dominik und Kevin. Hallo Leute, ich habe meine coole Radiostimme ausgepackt und herzlich willkommen. Das war wirklich so eine Radiostimme gerade, ne? Nein, null, Bro. Fangen wir damit jetzt an? Ist das jetzt das Intro? Hallo Leute, was geht ab? Ich habe euch ja gefragt, schickt mir eure Lieblingsblumen ein und ich schaue mir die heute im Radio an. Mach mal, moderier mal die 80er, 90er und das Beste von heute an. Cool, dass ihr da seid und jetzt kommt eine Dreiviertelstunde Non-Stop-Music hier auf Hitradio Antenne 1. Das Beste aus den 80er, 90ern und die Superhits von heute. Ey, wir hatten bei Kiss FM, kennt man Kiss FM im restlichen Teil der Republik? Hat es mal gehört. Okay, ist so ein Berliner Radiosender und da gab es immer so einen Typen, ich habe vergessen, wie der heißt, Digga. Ich glaube, BJ Berry oder so. Nein, doch, doch, doch. Hieß ja wenigstens DJ Berry. Nein, 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 ich glaube BJ Berry. Kann auch sein, dass DJ Berry war. Aber der hatte immer so einen American-Exit. Ey, Guys, heute spielen wir das Beste von heute. Und so hat er gesprochen. Das war BJ Berry. Das war die BJ Berry-Show. Ich glaube, das ist so eine Meta, weil als du es gesagt hast, ist mir eingefallen, dass, glaube ich, bei Big FM gab es einen, der hieß irgendwie Rob Green oder so. Und der hatte immer so einen UK-Accent. Aber, also es klang auch, als wäre der echt, aber ich habe mir immer vorgestellt, was ist, wenn die einfach so gesagt haben, ey, wir haben irgendwie rausgefunden, so ein Accent bringt mehr Einschaltboten. Und dann musst du einfach so, irgendein Typ, der eigentlich so Tobi Müller heißt, muss dann einfach Rob Green werden so, ja, ich war gestern in the mall gewesen. Weißt du, da musst du die ganze Zeit so reden. Ja, ja, aber ich glaube, vielleicht ist es wirklich so, weil, ich glaube, wenn man halt kein Gesicht vor Augen hat im Radio, man weiß ja nicht, wie diese Leute aussehen. Also ich, oder keine Ahnung, man guckt das ja eigentlich nach. Außer bei Lola Vipert, denke ich mal. War die, kommt die aus dem Radio? Ja, ja. Wow. Wo ist die denn jetzt gerade? Hä? Ist das dein Ernst? Ah, die moderiert Dings. Bro, Temptation Island, du hast ja noch geguckt. Bro, ich habe immer noch bei Temptation Island Jana Ina Zarella im Kopf. Nein, Bro, Lola ist perfekter. Weißt du, wo ich Lola das erste Mal gesehen habe? Wo? Bei Inscope21 im Vlog. Oh, was hat die, aber... Ich weiß nicht genau, ob die... Was war da nochmal? Ich habe es gerade nicht mal richtig im Kopf. War die eine von den Inscope Bitches, Liga? Bruder, sag das nicht so. Das ist Lola Viper, die moderiert Temptation Island. Ja, stimmt, das ist ja schon eins vor Grimme Preiser fast, oder? Bro, ich finde, das macht die wirklich gut. Schau doch, Lola, wir wollen nicht unbedingt einen Podcast haben. Ja, komm, ja, doch. Du machst es super und ich würde mich super freuen, wenn du kommst. Nein, for real, Bro. Nein, ich würde mich freuen, wirklich. Ich würde mich for real freuen. Was soll ich das, Bruder? Du machst gerade noch die Chance, dass Lola zurück zum Podcast kommt. Ja, Lola sieht natürlich jede Folge. YouTube ist hier immer am Start. Und deswegen wollte ich hier nochmal sagen, Lola, bitte komm. Imagine Lola kommentiert es unter dem Video so mit dem official verified account. Ich komme nicht. Der Fat Guy shows no respect schon wieder. Der Fat Guy showing no respect to Lola. Bro, ich habe heute Morgen noch einen TikTok gesehen von Manuelsen, wie er auf den Temptation Island Clip reagiert hat, im Stream anscheinend, wo halt, ich will es nicht spoilern für Temptation Island, Leute, die noch gucken gerade in Staffel, da ist halt irgendwas, was relativ krasses vorgefallen und Manuelsen hat es kommentiert, der erst einmal war sehr in Rage beim Kommentieren, hat aber auch jetzt an Lola Weipart kein gutes haben gelassen. Also er war generell sauer auf alle. Okay. Hat gesagt, viele Karpas waren da. Hat er das so gesagt? Er hat auch viel, Bruder, kennst du Manuelsen, der switcht doch manchmal so random, dass er so türkisch oder arabisch redet, weißt du, wie er, dann sitzt man immer so da und dann redet er mit seinem Kollegen, dann sagt er so, ja, Bruder, weißt du, wie ich manchmal so sag? Und dann sagt er einfach sowas auf türkisch, ja, mach die, und dann sagt er, ja, man, Bruder, ja. So geil, ey, Manuelsen, du kannst auch mal gerne kommen, denke ich. Boah, Manuelsen, Podcast, Digga, ist ja so stark. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Radio. Rob Green. Man weiß ja nicht so ganz genau, wie die halt aussehen und ich glaube, vielleicht haben dann irgendwie wirklich Radiosender erkannt, hey, kein Schmanz merkt sich irgendwie die vierte Allmannstimme von Maxi Müller, da müssen wir jetzt BJ Barry mit der BJ Barry Show machen, der die 80er, 90er und das Beste von heute irgendwie dann präsentiert. Macht KirstFM auch dieses 80er, 90er Ding? Nee, die, nee, aber. Die sind cooler, ne? Ja, die sind ein bisschen hipper. Ach, krass, Digga. Ein bisschen hipper und da läuft nur Pasha in ihm. Ich hab als, cool, hier ist er, Capital Bra. Boah, Digga. Ich hab als Kind so viel Radio gehört, ne, das war richtig crazy. Ich hatte in meinem Zimmer so ein, so ein, so ein, so ein Radio. So ein crazy, aber so ein dickes, wo so drei CDs oben drin waren und dann ist er immer so durchrotiert und so ein Schiff. Ah, okay, wir hatten, ich weiß nicht, ob das immer noch so ein Ding ist, aber wir hatten, äh, im Wohnzimmer hatten wir so, das war so stackable, hatte ich das Gefühl, da war so, eins war so ein Radio Receiver, dann hattest du da drüber, also das war wie so eine Soundanlage, aber es waren so drei dicke Blöcke übereinander, eins war so ein, wie gesagt, so ein Radio Receiver, dann hattest du so ein, so, das war wirklich der Main Block für so die Audio, da konntest du lauter leiser machen und so, alles so Feintunen mit Subwoofer und so und dann hattest du noch irgendwie eins da drüber, das war glaube ich nur für CDs, wie du meintest, und da hattest du so, konntest du so vier CDs reinmachen, die dann so switchen konnten. Das ist doch so, so eine Hi-Fi-Anlage, oder? Ja, genau, genau. Aber so drei übereinander, you know, das war auch so getrennt. Das ist so ein 90s-Ding, aber es kommt langsam wieder, habe ich das Gefühl. Das war ziemlich cool, das hatten wir bei uns im Wohnzimmer, wenn man reinkommt, ist gleich rechts und wir hatten so eine, boah, wir hatten so eine alte Leder-Couch da, ganz komisch irgendwie auch im Nachhinein. Warum? Weiß ich nicht, irgendwie so eine Porno-Vibes. War die so schwarz? Ja, ja. Oh. Und dann rechts in der Ecke stand so eine alte Holzkommode, so in so einem dunklen Eichenholz, also so ein dunkles Holz. Eiche, Buche, irgendwie so. Ist auch scheiße, gar so dunkles Holz und sah ganz alt aus, auch von dem Look her und so. Ja. Wirklich so, man würde jetzt dazu wahrscheinlich so ein Vintage sein. Vintage, ja. Und dann da drauf war diese Hi-Fi-Anlage und da drauf, Digga, war so aus so, boah, ich kann gar nicht dieses Material beschreiben, das war so. Glas-Marmor-mäßig, war ein Schachbrett, Digga, mit richtig kranken Figuren. Glas und Marmor? Ja, das sah richtig krass aus, Digga. Und seitdem versuche ich so ein Schachbrett irgendwann mal, also ich bin jetzt nicht aktiv am Suchen, aber ich würde voll gern genau dieses Schachbrett jetzt kaufen und in meine Wohnung stellen. Boah, das ist wahrscheinlich schwer, wahrscheinlich gibt es das nicht mehr so hergestellt. Ja, aber ich finde, das ist irgendwie was, also ich finde es voll cool, den Gedanken, ein Schachbrett in der Wohnung zu haben. Check ich, aber ich sage dir einen Take dazu. Ein Schachbrett in der Wohnung so als Dekoartikel stehen zu haben, ist eine Sache, die passiert ab einer gewissen Quadratmeterzahl. Also, weißt du, es gibt so Dekoartikel, die kannst du dir so holen bei einer Einzimmerwohnung. Weiß ich nicht, zum Beispiel eine schöne Lampe oder von mir ist eine Pflanze oder so. Und dann gibt es so Sachen, wenn du dann zwei, drei Zimmer hast oder mehr Quadratmeter, okay, man kann sogar mal so ein Lesesessel als Deko haben oder so ein Stuff und das einfach so random, dass es quasi einen Tisch gibt oder eine Ablage, wo nur ein Schachbrett steht und sonst nichts, das ist schon ein paar Stufen. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Oder wenn man halt so Haus hat. Ja. Boah, Haus, Junge. Boah, dann mache ich mir Schachzimmer. Einfach nur so ein Tisch, das ist einfach nur ein Lederraum, ein Tisch in der Mitte, ein Schachbrett und zwei richtig so ziemlich Stühle. Und diese Casting-Couch da. Und diese, auch so ein Timer, wie die bei den Pros haben. Ja, das finde ich geil, das hätte ich auch mal voll gern. Das finde ich voll real geil, so ein Ding würde ich mir wirklich voll gern kaufen. Das muss man sich mal holen, wenn man halt, also Schachbrett, am besten auch so ein Schachbrett, was du an PC machen kannst, was so ein Stecker hat, weil dann kannst du im Nachhinein deine Runden anschauen irgendwie. Vielleicht sogar für einen Stream, wäre ja sogar funny. Wenn man so One-V-One-Dings macht im Stream, aber halt mit dieser Uhr. Ich hätte auch Bock auf so Schach mit Uhr zocken, Digga. Ja, übelst geil. Du wolltest sagen, dass du viel Radio gehört hast, Bro. Genau, daher kam, also ich habe halt als Kind extrem viel Radio gehört, weil ich hatte diese Anlage. Klar, ich hatte auch CDs. In dem Zimmer? Ja. In dem Zimmer? Ja, aber nicht so eine, wie du jetzt denkst. Es war, boah, wie beschreibt man das? Das ist quasi ein so ein, also die zentrale Einheit, die hatte unten zwei Kassetten-Dinger, drei CDs oben und der sah halt mega so future-mäßig aus. Das war so diese Zeit, so late 90s, early 2000er, wo alles so future und so, ich bin robo und so, und so Lichter und alles in Silber und so. Die muss ich irgendwie geskippt haben, Bro. Nee, das war so eine Phase, da hatte ich dieses Ding und dann rechts und links davon zwei fette Lautsprecher, die du so anschließen konntest. Ey, ganz kurz, bevor du weiterredest, kennst du noch damals, wo man diese Logitech-Lautsprecher immer noch, so jeder PC, jetzt hat jeder PC ein Headset. Ja, ja. Irgendwie ist es die Headset-Ära, aber davor gab es die Logitech-Boxen links und rechts vom Bildschirm-Ära. Mhm. Digger, legendär. Kennst du noch die Ära, wo man das hatte und als Mikrofon dieses komische Ding, wie so ein Pimmel? Ja, da habe ich gestern mit Basti drüber gesprochen, wir haben so über unser erstes Mikrofon gesprochen. Ja. Und Basti meinte, bei ihm war es ein Headset, bei mir war es so ein Hammer-Ding, was du meintest, so ein Pimmel, der so ein kleines Stativ unten auch schon von Haus aus dran hat. Ja, so ein Viereck-Ding so. Und es sah aus wie so ein, wenn man so im Supermarkt ist und dann so jemand sagt, Frau Müller bitte in Kasse 3. Genauso sah das aus. Aber das war nicht so ein verbieglicher Hals, sondern bei mir war das wirklich so eine quadratische Base und da war einfach so ein Plastik-Pimmel, der einfach nur so hoch und runter gehen konnte, wie so ein Arm, wie so ein Baggerarm. Weißt du, der konnte sich nicht knicken in der Mitte. Das war einfach ein Riesen-Pimmel und den konntest du dann so aufstellen und dann konntest du in Skype so, hallo, was geht ab? Wahrscheinlich konntest du nur so drücken. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das bei mir war. Ich glaube, es kann sein, dass es bei mir genauso war. Bro, Soundqualität muss so schlimm gewesen sein. Da war schnell vor, die Leute mit Boxen, hier dieses Scheiß-Mikro. Aber das ist so geil, weil es ist so subjektiv verzogen. Ich finde, am krassesten merkt man es, wenn man so über alte Spiele nachdenkt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich bei Super Mario 64, da saß und so dachte, holy shit, sieht das scheiße aus. Sondern ich glaube eher, dass ich dachte, alter, das ist Full-HD-So. Holy shit, besser als das wird es nicht mehr. Ja, das ist krass. Man konnte es sich nicht vorstellen, weil das war das Krasseste, was du sehen konntest. Ja, genau. Bei mir ging das so mit GTA Vice City. Ich habe das ja wirklich gegrindet, übelst viel. Und damals dachte man, holy shit, ich kann rumfahren, ich kann ballern, ich kann irgendwie die Cops wüten machen, ich kann Leute überfahren, ich kann irgendwie Sachen in die Luft sprengen. Das war crazy. Und jetzt hast du halt so GTA 5 ja schon, auch schon eine Weile, ist trotzdem schon sehr realistisch. Und ich bin vor einem halben Jahr mal zurückgegangen und wollte Vice City mal wieder zocken, so für den Stream, weißt du, auf Alt und so. Habe das mir installiert, bin reingegangen, bro, das kannst du nicht mehr zocken. Allein schon von der Steuerung, das fuckt dich so ab, ich habe versucht ein Auto zu fahren, das fühlt sich so anders an, das ging nicht. Crazy. Habe ich es gelassen. Aber du bist auch ein Psychopath, was Steuerung angeht, da möchte ich mich nochmal an unseren FIFA-Abend erinnern, wo du nach vier Stunden nicht gecheckt hast, wie man fucking passt, Junge. Ja, naja, krass. Wir haben gegen alle verloren, bro, wir haben neun Spiele gespielt, 2v2, wir haben alles verloren. Bro, haben wir da gekifft an dem Abend? Nein, haben wir nicht. In meiner Erinnerung haben wir drei Spiele gespielt. Bro, da war so diese, da ist so die letzten Spiele, waren da so aufgezeichnet, ich glaube da werden so die letzten acht oder so angezeigt. Alles war rot, Digga, alles war rot, wir haben nicht mal einen Unentschieden gespielt und das war noch immer nicht so knappe Loses, weißt du, so 2-3. Nein, Bruder, wir haben wirklich immer so 0-7 verloren oder so. Na, bro, guck mal, du hast auch irgendwie ein schlechtes Team da aufgestellt und du selber hast halt auch krank reingeschissen. Bruder, wir haben irgendwie mit PSJ gespielt oder so, das ist so fünf Sterne das beste Team, was es gibt. Ja, du hast trotzdem auch reingeschissen. Okay, gut. Wenn ich bad bin, aber du hättest es einfach ausgleichen können. Ja. Das ist aber nicht passiert. Naja, auf jeden Fall habe ich dann halt immer mit dieser Krankenanlage, habe ich halt immer Radio gehört und wenn ich mir so eine Compilation anhöre, so Greatest Hits 2000, 2010 und so und Stuff, dann denke ich so, ja krass, die habe ich alle damals, also ich kenne alle eigentlich, weil die hat man alle so im Radio gehört, weißt du? Weißt du, was vorher so ein Ding war, was einfach weg ist jetzt und ich glaube, da gibt es so Firmen, die machen einfach, die mussten dann einfach so schließen irgendwann. Was ist mit so, was so mit diesem World Club Dome 21 oder so, was ist es mit denen, Bruder? Warte mal, World Club Dome, was war jetzt erst von? Nee, wie heißt es denn? The Dome, The Dome, The Dome, The Dome. Oder die Bravo Hits. Die Bravo Hits, ja, was machen die Bravo Hits? Aber von wem war dieses The Dome? Die Bravo Hits GmbH musst du zubachen seitdem. Bro, ja, die haben sich vielleicht noch gerettet durch ihr Heft, wo diese eine Doppelseite mit den nackten Frauen und Männern ist. Bro, das war crazy, die waren teilweise minderjährig, habe ich letztens irgendwann gehört. Das sind teilweise 16-Jährige. Also war da ganz kurz, für alle, die es nicht checken. In dem Bravo Heft, das war halt so eine Zeitschrift, die man früher hatte, als wir noch in der Steinzeit, als wir noch gelebt haben, früher, wo man noch gelesen hat. Und da gab es in der Mitte halt immer eine Doppelseite, wo ein nackter Mann und eine nackte Frau ist. Und das war halt wirklich damals, was pornotechnisch dem wirklich am allernächsten kam irgendwie. Ich google das mal ganz kurz nebenbei, aber ich bin mir ziemlich sicher, letztens gehört zu haben, dass die teilweise da auch 17-Jährige hatten. Und was ich auch gehört habe. Das finde ich krass, das finde ich schwierig. Das finde ich auch schwierig. Und ich habe auch gehört, da steht auch da unten, stand immer so, hey, willst du auch mit teilnehmen? Schick uns irgendwie dein Bild ein und dann überlegen wir uns, ob wir das nehmen und dann kriegen die da irgendwie 200 Euro für oder so. Oh, das war die größte Sammlung an Nacktbildern einfach. Das ist jetzt ein bisschen sassy, wenn ich Bravo Nacktbild eingebe. Ja, mach auf den Kognitur-Tab lieber. Popos, Brüste, Wulven und Penissen. Dr. Sommer. Penissen? Ja, Penissen. Penisse. Ah, okay, ja, gut. Ja, Digga, vielleicht war einfach Dr. Sommer wirklich nur einfach ein sehr perverser Mann, der einfach gesagt hat, schickt einfach mal ein, wir gucken dann mal, ob wir euch nehmen. Auch super gerne, wenn ihr minderjährig seid, ist auf gar kein Problem auf jeden Fall. Und dann hat er immer so 100 Nacktbilder bekommen pro Woche und hat sie gerne abgechillt, Alter. Hier, Bro, hier ist eine Petition, wo 189 Leute unterschrieben haben von 200 aus, boah, muss ewig lange her sein. Aber hier steht, helfen Sie der Sexualaufklärung, Altersgrenze 16 für den Bravo Bodycheck. Aber was ist die Petition? Dass sie das nicht mehr ab 16 machen. Ach so. Die Bravo hat 16 Jahre lang Jugendliche die Möglichkeit gegeben, ihre Unsicherheiten den eigenen Körper betreffend abzubauen, indem sie sich mit harmlosen Aktfotos von 16 bis 20 beim sogenannten Bodycheck vergleichen. Äh, erlaubt wäre das immer noch, die Bravo macht es aber nicht mehr. Ich möchte hier erreichen, dass die Bravo wieder auch Jugendliche zeigt. Die wollen das. Wait, what? Die Petition ist, dass wieder Minderjährige nackt in der Bravo sind. Guck mal, von wann die ist. Digga, was? Digga, was? Weil ich sehe es noch kurz weiter, ja? Ja. Das ist von jemandem, der das will wieder. Bruder, der hat nichts mehr zu wichsen. What the fuck? Ich habe erstmals auf dem Flohmarkt gesehen, wie die Bravo es früher gemacht hat, als ich dort in ein paar alten Bravo-Ausgaben geblättert habe und war geschockt, wie viel weniger heute möglich ist als damals. Bruder, aber ich verstehe nicht genau, was er meint. Das heißt, das ist doch ein alter Mann dann, oder? Andererseits habe ich gemerkt, wie sehr mir die Bilder bei meiner eigenen Unsicherheit geholfen haben, als ich die alten Hefte dort gekauft habe. Ich bin zwar FKKler, oh Mann. Oh Mann, das ist ein Ossi. Das ist ein Ossi, ja. Der wohnt irgendwo bei uns. Ein alter, verzweifelter Ossi, oder was? Ja, das ist so ein Brandenburger, der wohnt so in Zeuthen oder so. Liebe Grüße. Aber am Strand schaut man ja nicht so genau hin. Ich würde mir wünschen, dass andere auch diese Vergleichsmöglichkeiten hätten. in den aktuellen Bravo-Ausgaben, aber die Models dort müssen jetzt angeblich erwachsen sein. Hey, what a surprise. Bro, was ist das denn? Das ist ja super weird. Warum durften die vor zehn Jahren, was wir heute nicht mehr dürfen? Ich finde das unfair. Das ist natürlich eine schwierige Begründung, Bro. Bro, what the fuck. Warum dürfen Frauen jetzt wählen? Vor 30 Jahren durften die es ja auch noch nicht. Oder vor 80 oder so. Ja, komm, lass. Grobe Anzahl jetzt. Guck mal bitte, von wann die ist. Digga, es ist einfach so von gestern oder so. Alter, guck dir mal an, was der für einen Text geschrieben hat. Ja, richtig viel hat der. Psychopath. Vor sechs Jahren. Ja, krank. Kranker Mann. Vor allem stell dir vor, du machst eine Petition, die bis 200 gehen soll. Und dann bleibst du stecken bei 189. Und die läuft schon seit sechs Jahren. Okay, okay. So elf vorm Schluss hat das Ding kurz zusammengerissen. Ich sag dir kurz den Namen von dem Typen. Nur den Vornamen, weil wir wollen jetzt niemanden doxen hier. Ja, lass mich raten. Ja. Ich hab drei Gäste. Okay. Wolfgang. Nein. Werner. Nee, aber sind sehr nah dran, Digga. Ja, irgendwas mit W, oder? Nee, nee, ist nichts mit W, aber ist sehr huge, ist sehr huge. Wolfgang, Werner oder das dritte wäre, ich hab nur Sachen mit W im Kopf, Willi. Bro, es ist Holger. Oh, ja, 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 ja. Warte mal, man kann auf, ah, ich dachte, man hat vielleicht ein Bild von dem. Der steht halt hier mit seinem Klarnamen, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der steht mit seinem Klarnamen bei dieser Petition, Digga, dass er 16-Jährige nackt sehen will. Bro, das kann man sich nicht ausdenken. Das ist ja geil. What the fuck? Ey, weiß ich nicht, Digga. At FBI, vielleicht wollt ihr da mal ein bisschen in diese Petition reinwatchen. Vielleicht ist da nicht alles mit rechten Dingen am Goen, Alter. Digga, das verblüfft mich gerade, wirklich. Ja, wie kamen wir denn jetzt auf die Bravo? Über die Club Dome Dome 26. Ach so, ja, 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 ja. Ja, aber was machen diese, also da, das hab ich auch allgemein nie verstanden, wie sich das für Künstler lohnt, weil das war ja so, da gab's dann ja irgendwie 20 Hits so von Tayo Cruz irgendwie Dynamite und dann von irgendwie Katy Perry wie Dark Horse oder so. Aber auch viel deutscher Stuff hat er drauf. Und dann auch deutscher Stuff, genau. Und wie läuft das? Verkauft dann die Firma, also verkauft dann das Label für Summe X, sagen wir mal für 100.000 wird dann der Tayo Cruz Dynamite Song an Bravo Hits verkauft und die müssen dann, die können dann alles, was dann mit dieser CD reinkommt, behalten, aber müssen das dann wieder reinholen, so mäßig? Wie funktioniert das so? Ich weiß nicht, ich hab eher das Gefühl, das ist irgendeine prozentuale Geschichte. Oder so, ja. Dass sie irgendwie, ich mein, ich glaub, zu der Zeit damals war das für Tayo Cruz ja actually auch ein Ding, dass er bekannt, dass er bekannter wird. Auf jeden, auf jeden, auf jeden. Also ich mein, da war ich wirklich noch sehr jung, aber da hast du halt eigentlich mehr oder weniger auf diesen CDs Künstler gefunden, wo du sagst, okay, der ist eigentlich voll cool. Ja, safe. Also du hast vielleicht die CD gekauft, weil du, also ich glaub, ich hatte sowas nie, aber ich geh mal davon aus, dass Leute die CD gekauft haben, weil die zum Beispiel Tayo Cruz schon kannten, cool fanden. Oder weil die zum Beispiel, da war Silbermond drauf oder so, fanden die krass. Oder Nena oder sowas, kein Plan, was da drauf war. Und dann haben die genau so diese Künstler, die sie halt noch nicht kannten, entdeckt. Also ich glaub, das ist wie so Cross-Promo-Type-mäßig, weißt du? Wahrscheinlich. Es ist ja wie ein Album, wo mehrere Leute drauf sind. Ich glaub aber, an einem gewissen Punkt war das so, du hast es dir so oder so gekauft, weil du wusstest, das sind halt die Greatest Hits jetzt vom März. Und da wolltest du einfach die Greatest Hits haben. Also du hast vielleicht gar nicht geguckt, was ist da drauf. Weißt du, womit ich diese ganze Zeit verbinde? Diese Tayo Cruz Dynamite und so, diese ganzen Sachen. Und so Flo Rida und so. Apropos, was macht Flo Rida, Digga? Boah, ich glaube, der lebt. Gut. Ja. Genießt. Meinst du, der hat einfach irgendwann gesagt, also ich hab tatsächlich gestern mal geguckt, der bringt auf jeden Fall noch drei, vier Songs im Jahr raus. Aber meinst du, der macht nicht mehr so viel Arbeit rein, sondern chillt jetzt einfach? Boah, ich glaub, an irgendeinem Punkt sagst du doch auch, guck mal, also ich meine, ab irgendeinem Punkt sagst du, guck mal, ich hab gehustelt, hab gemacht und jetzt lehne ich mich zurück, mach ein bisschen Familie. Weißt du, der guckt vielleicht ein bisschen mit seinen Kindern, zockt der ein bisschen Football im Garten oder so. Ich glaub, der entspannt. Ja, irgendwie. So eine schöne Vorstellung, oder? Ich mein, der hat auf jeden Fall, also ich könnte mir vorstellen, dass der auch so eine krasse Industry Plant ist und irgendwie, dass der so, dass der so richtig viel Percentage abgegeben hat an sein Label. Ist irgendwie so mein Vibe bei Flo Rida. Meinst du, der hat nicht viel Cash gerade? Doch, aber ich glaube jetzt nicht so, wie krass, wie man sich das vorstellt. Also, in meinem Kopf sind es jetzt nicht weitaus crazy mehr als 10 Millionen, obwohl es natürlich 10 Millionen insane viel Geld ist, müssen wir nicht drüber reden. Aber überleg mal, wie bekannt Flo Rida war zu der Zeit. Ja, okay, fair. Das ist auf Drake-Level oder so. Ich glaube, früher gab es auch richtig noch viel, viel schlechtere Verträge. Das ist eher so ein Ding, was dann irgendwann kam, dass die Künstler auch selbstbewusster wurden und sagen, warte mal kurz. Ja, weil auch Musik anders funktioniert. Du kannst jetzt einfach hingehen und könntest independent einfach auf Spotify releasen, wenn du willst. Mehr oder weniger. Du brauchst ja trotzdem noch irgendwie diese... Es gibt diese Record Jet oder wie die dann heißen, wo du dann irgendwie eine Gebühr bezahlst XY und dann wird es provided zu Spotify und iTunes und so. Ja, es war eine ganz andere Zeit damals. Aber ich habe diese CDs, ich habe diese CDs sehr enjoyed, aber habe eigentlich so hauptsächlich Radio gehört, Digga, und so Hit-Radio und Henna 1, Shoutouts, war auf jeden Fall immer ganz dick vorne dabei. Ja, aber was ich sagen wollte, woran mich das alles erinnert, mich erinnert das an diese... Ich habe mal eine Homeparty geschmissen bei uns in dem Haus mit den vielen Stockwerken im Keller. Wir hatten, ich habe das ja schon immer gesagt, wir hatten da so einen, wir haben das immer so einen Medienkeller, Media-Keller, Medienkeller genannt. Und das finde ich, weil normalerweise der Klassiker ist doch Hobbykeller. Ja, den hatten wir, also... Oh, habt ihr mehrere? Bei uns gab es eine... Ja, das war ein bisschen kompliziert. Also später war es dann auch der, sozusagen wie so eine Art Hobbykeller von meinem Dad, der hat da so sein Keyboard aufgebaut und dann immer so gezockt. Kein Keyboard? Ja. Richtig gut? Ja, nicht crazy, aber so ein bisschen halt. Okay. Dann haben wir so gespielt, paar Noten hingestellt und so. Okay. Genau. Und wir hatten halt eine Hobbygarage. Also es war eine Garage, die wir halt eigentlich, wo eigentlich ein Auto hätte parken drin können. Aber das haben wir nie genutzt, weil wir halt nur ein Auto hatten und das konnte so in der Einfahrt stehen. Und dann haben wir diese Garage, hat mein Dad dann zum Beispiel da so eine riesige Eisenbahn-Dings gehabt. Aber der hat da nie so krass für Effort reingepackt. Der hatte einfach so eine Platte, wo so schon so die... Das war schon so geteraformt einfach, weißt du? Und dann gab es so Tunnel. Im Grunde hat er einfach nur die Schienen hingelegt und dann die Bahn draufgestellt. Mehr ist nicht passiert. Hat er keine Deko gemacht. Keine Figuren, nix, Digga. Wirklich auch simple. Ich hab das Gefühl, das ist doch das, worum es geht. Hab ich auch das Gefühl. Also weil fahren, tust du zwei Runden, dann denkst du, okay, kenn jetzt die Strecke. Ja. Und dann fängst du an, es zu bauen. Ja. Aber er hat einfach so einen Scheiß drauf. Ja, hab ich auch nie verstanden. Aber so... Geil. Auf jeden Fall hatten wir halt diesen Mediakeller und irgendwie dachte ich so, ich schmeiß da eine Lütte-Party. Da gibt's auch noch Bilder, Bro, auf Facebook von... Können wir da was auf unserem Insta posten davon? Boah, ja, vielleicht müssen wir die anderen Personen blören. Es gibt ein paar von meinen Homies, also ich bin mit allen Leuten noch cool, was die Jungs angeht. Mit den Mädels hab ich einfach nix mehr zu tun. Ja, vielleicht entweder fragen oder blören. Ja. Wir gucken mal. Schaut mal vorbei auf jeden Fall auf Instagram. I guess, ja. Auf jeden Fall weiß ich noch, ich wusste, okay, heute Abend Party. Und dann, was machst du? Wir brauchen ja Musik. Du willst ja ein guter Gastgeber sein, ja? So, du brauchst Musik und was braucht man, wenn man so 16, 15, 16 ist? Alk. Alk. Und zwar schon stärkeren, als man eigentlich trinken sollte. Ja, 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 naja, pass auf. Auf jeden Fall, ich erstmal muss, also erstmal hab ich meine Mom so angezündet, ob wir so Alk kaufen können. Ja. Und dann gab's halt natürlich jetzt nicht den Sky-Wodka, sondern dann gab's dann einfach schön die guten Alkopops, die da mir gekauft wurden. So, also was ist nochmal Alkopop? Naja, also sowas wie so ein Smyrn of Ice oder so. Ah, das hat die euch gekauft? Ja, ja. Also es war so, wie hieß die? Schöfferhofer Grapefruit. Ah. Solche Sachen gab's an dem Abend. Also so, okay, okay, check. Da wurde sich dann mit drei Schöfferhofer Grapefruit ins Universum geballert. Das war das Geilste, ich weiß noch. Ja, ja, ich weiß noch, das ist so die erste Party, wo wir so gesoffen haben. Da hab ich so zwei Bags Lemon getrunken und hab dann, und dachte, ich bin betrunken, Digga. Und hab dann so, Leute, ich sehe alles dort, ich schwör, ich geh kaputt. Das war so geil. Beste. Ja, und dann hab ich halt, also wir waren erst einkaufen, haben halt ein bisschen auch so, meine Mom auch so mäßig auf so Fingerfood-Basis. Es war mehr ein Kindergeburtstag als eine echte Party. Wie alt warst du da? Sechzehn oder fünf? Fünf. Sechze und fünf. Ja, aber ich, boah, fünfzehn oder so. Also du wurdest dann fünfzehn? Nee. Oder wurdest sechzehn? Nee, ich glaube, oh doch, ja, kann sein, dass ich fünfzehn wurde. Boah, das ist ja richtig peinlo dann. Ja. Richtige peinlo-Party. Muss mal gucken, ich weiß es nicht mehr genau. Es kann auch sein, dass es einfach eine random Party war. Okay. Weil da waren auch echt random Leute da, also das war jetzt nicht so ein Geburtstags-Vibe. Achso, war einfach, achso, ich dachte, das war so ein Geburtstags-Vibe. Ich glaube, es war einfach eine Home-Party so. Achso, okay. So wie so ein Sleepover oder so. Und dann haben wir halt, also ich hatte damals zu der Zeit mich gerade von meiner ersten Freundin getrennt und habe dann so zwei, das war eine strange Zeit, Digga. Ich hatte dann zwei beste Freundinnen für eine Zeit und alle dachten, dass wir halt miteinander ficken. Jeder dachte das halt. Und dann habt ihr so gesagt, nein, nein, aber ich habe die schon. Nein, nein, ich habe immer gesagt, dass ich da denke, nee. Ich habe nie, das hätte ich eigentlich machen können, ich hätte einfach gesagt, ich fick die beide oder so. So, ich hätte das so flächen können, ne. Scheiße. Wie korrekt es gewesen wäre, sei da hingestellt. Ja, okay. Aber ich wäre cool gewesen. Dass sie sagen können, alles so, ihr fickt. Und so, ja, klar. Klar. Und die so, nee. Ja, die haben so mäßig, dürfen die nicht zugeben. Aber ey, ich sage euch, dann bin ich da bepicken. Ja. Aber du warst Gentleman damals schon. Ja, immer, immer. Ich habe, hat man ja schon damals bei der Blasen-Sex-Story gesehen. Klar, aber immer dein Prinzipien treu geblieben. Finde ich krass, Alter. Genau, genau. Weil Blasen ist kein Sex, Freunde. Nee, andersrum, Blasen ist Sex. Blasen ist Sex, Blasen ist Sex. Natürlich. Nee, aber ich habe immer gesagt, nee, da läuft nichts und da lief auch nichts. Okay. Kann ich gleich noch ein bisschen dazu ausholen. Auf jeden Fall, die waren da. Die zwei Mädels. Dann war, das Ding ist, war halt auch noch die, nee, dann war noch ein Girl da. Das war die beste Freundin von meinem besten Freund. Und da war auch mal so, ja, Bruder, dann kommt ihr einfach zusammen so. Aber die sagen auch da lief nichts. Aber da ging auch nichts. Klar. Bei euch war allen nichts, ne? War eine sassy Zeit irgendwie. Ja, ja, ja. Und da war noch Robson da, Junge. Robin. Wir müssen das Bild von Robson auch hier im Videopodcast einfügen. Digga, Robson lag da in diesem Stuhl, Junge. Der hat gar nicht so viel... Hat er gekifft? Nein, nein, wir haben da noch nicht gekifft. Nee, ich glaube, wir haben da noch nicht gekifft. Bei Robin würde ich jetzt trotzdem mal nachfragen. Ich glaube nicht, dass wir da gekifft haben. Und das war so diese... Vielleicht haben wir da so kurz danach angefangen. Aber so... Bro, Robson... 15. Robson, ja, das war eine wilde Zeit, Bro. Mach das nicht, mach das nicht. Robson lag da, Junge. Ich verstehe nicht, wie man sich wirklich mit Schöfferhofer Grapefruit so ins Universum ballern kann. Meine Mom hat sich mal irgendwann so ein Massagesessel gekauft. Du kennst den. Ja. Das ist der. Ja. Oh mein Gott, der ist schrecklich. Der ist richtig schrecklich. Und der tut mehr weh, als dass er wirklich bequem ist. Bro, Real Talk, der renkt dir was aus. Ja. No joke. Ja, for real. Und Robson sitzt in dem... Er hat immer geschottgert auf diesen Sessel, auf diesen Massagesessel. Und er liegt ja wirklich so auf halb neun, Digga, liegt ja da so in diesem Sessel. Und links ist so eine Heizung, wo noch so ein Schöfferhofer Grapefruit steht, glaube ich. Das ist ehrenlos. Digga, das ist übertrieben ehrenlos. Scheiße, Mann. Ja, aber Bro, ich glaube, bei Schöfferhofer, bevor du da wirklich besoffen wirst, pisst du dir die Seele aus dem Leib. Ja, ja, auf jeden Fall. Das kann gar nicht schnell genug wirken, bis du da unten rauspisst, Alter. Ja, auf jeden Fall wusste ich halt, okay, diese ganzen Leute kommen abends so. Wir hatten da so eine große Couch und dann so einen Tisch, dann hat Chats da so Snacks drin. Die Leder-Couch, ne? Jetzt fehlte aber noch... Ne, das war so eine andere Couch. Das war so eine... Boah, wie nennt man sowas? Das ist so eine, die... Da könnte man so richtig so drin loungen. Das ist so eine, da liegt man quasi eher wie so ein großes Bett so. Könnte man auch auf einer Leder-Couch machen. Also das Material hat... Ja, aber eine Couch in meinem Kopf ist jetzt so ab, 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 ab Knie geht's nach unten mit den Beinen. 90 Grad Winkel. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das war eher so, dass man die Beine quasi ausgestreckt hatte. Ne lange Couch. I guess, ja. Aber so, die war auch richtig lang von der, wie viele Leute nebeneinander sitzen können. Also da konnten auch easy so... Soll ich dir sagen, eine richtige Fick-Couch? Ja, da wurde auch gefickt drauf. Von wem? Von mir. Mit den zwei besten Freunden? Nein. Von dem dann? Der Freund danach. Boah. Da gibt's eine richtig unangenehme Story, die hab ich schon mal erzählt. Wirklich? Ja, ich hab da gefickt. Okay. Ja. Also du musst dir vorstellen, ich hab immer im Keller gepennt, weil es im Sommer im Dachgeschoss zu warm war. Ja. Ich hab da gefickt und halt mit Korn-Dim halt, ne. Ja. Hab liegen lassen. Super. Hab liegen lassen. Kam wieder. Ist mir eingefallen. Komm runter. Ist weg. Wie lang war die Pause zwischen liegen lassen und wiederfinden? War halt nur so einen Tag über weg. Oh nein, deine Mom. Ja. Und da warst du auch schon nur so 15, 16? Ja. Bro, deine Mom hat das angefasst, wo dein Sperma drin ist, bro. I guess. I guess. Oder mein Dad. Oder mein Dad. Das kann doch mein Dad sein. Ich glaub, also ich hab, also. Ja. Ich glaube, der hätte das anders gehandelt, die Situation. Ich weiß nicht genau. Ich hab das. Ich glaub, der hat gesagt, Kevin, Andreas, jetzt kommst du mal her. Und dann hätte er es dir gezeigt. I don't know. Hast du da mal jemals drüber nachgedacht, wie eklig das ist? Nein. Ich hab mit meiner Mama noch nie drüber gesprochen. Und das Schlimmste ist, meine Mom hört Podcasts. Hast du das verarbeitet? Ja. Ich glaub schon. Ich weiß nicht, ob sie es verarbeitet hat. Okay, lass schnell das Thema switchen. Scheiße, ich will die Kinder mal nachdenken. Bro, ich hab diese Story wieder vergessen, dass ich die erzählt hab. Und dann ist es immer so, wenn ich so Sachen erzähle, die irgendwie meine Mom auch betreffen, dann krieg ich immer so Sonntag um 19 Uhr so eine WhatsApp-Nachricht, die so out of context ist. Meine Mom formuliert das dann bei WhatsApp immer so, als hätte ich gerade diesen Moment erzählt. Und ich weiß gar nicht mehr, worum es geht. Die schreibt dann nicht so, hey, übrigens beim Podcast, hm, Thema. Sondern das ist so, die schreibt dann sowas wie, und übrigens, nein, ich hab's nicht weggeräumt. Und dann denk ich so, Bro, was geht es? Und dann muss ich erst so nachdenken. Das ist so geil. Aber das ist auch, wenn Leute so schreiben, man hat immer so, die setzt du dich immer ein bisschen ins schlechte Gewissen, dass du so ein schlechter Zuhörer bist, weißt du? Aber jetzt kriegst du am Sonntag eine Nachricht, da stehst du drin, ja, ich hab's gefunden, aber war ja nicht so viel reingespritzt zum Glück. Bro! Ach du Scheiße. Ey, vielleicht mach ich jetzt hier voll die Fresse auf. Und meine Mom hat auch schon so Shit von mir gefunden. Und ich weiß es einfach nicht mehr. Kann sein, ja, kann sein. Ey, bitte nicht. Auf jeden Fall brauchten wir halt dann noch Musik. War das Einzige, was fehlt. Stimmt. Und dann war für mich die einzige Möglichkeit, wie ich das hätte machen können, einen USB-Stick in unsere Anlage reinzupacken. Oh Gott. Okay. Also bin ich hochgegangen am PC und hab einfach irgendwie wirklich dann so die 40 besten, vor allem 40 auch richtig wenig, Digga, das ist so eine Stunde Musik. Aber damals war das schon viel. I guess, ja. Das waren zwei CDs oder so. Oder mehr sogar. Ja, und dann, auf jeden Fall weiß ich noch, dann hab ich dann so die 40 besten Songs runtergeladen über so einen Torrent oder so, Digga, auf so halb illegal. An dem Abend der Party? Ja, auf voll illegal. Was für halb illegal? Auf voll illegal. Ich hab die Dinger einfach gerippt. Während der Party? Nee, schon vorher. Okay, okay. Und dann lief halt auch, also einer der ersten Songs war Tayo Cruz Dynamite. Und da sind wir wieder beim Ding an, was es dich erinnert. Tayo Cruz, deswegen hast du es erzählt. Ah, okay. Deswegen sind wir diese ganze Zeit. Ah, okay. Es handelt mich an diese eine Party, Bro, von der es auch Bilder gibt. Ich müsste die dir eigentlich mal zeigen. Nee, diese Bilder, aber ohne Scheiß, lass die hochladen. Auf unseren Edeltalk-Insta. Da können wir auch das Bild hochladen von diesem Pimmel-Mikrofon. Ja. So, dass wir so mal wieder ein bisschen Bilder haben. Okay, sehr, sehr geil. Aber das hat bei mir auch so krasse Erinnerungen an so 16er, 17er-Partys geweckt. Und bei uns auf dem Dorf gab's eine Hütte, die konntest du mieten. Hab ich auf jeden Fall schon mal vor 1000 Folgen oder so erzählt oder im Streamer. Die gab's in jedem Dorf, Bro. Ja, aber bei uns war die schon ein bisschen so krass. Weil du, also die war quasi so ein bisschen im Wald. Oh, okay. Weißt du, du hattest so für dich selber. Bei uns war's so aufs Sportplatz. Ja, bei uns war die so wirklich, also du konntest halt hinlaufen, aber du bist da locker, auch wenn du vom Bus oder so kamst. Boah, bist du bestimmt halbe Stunde oder so hingelaufen. Oh, ah, im Wald rein. Nee, ist so ein bisschen so Waldrand. Das heißt, du konntest halt so laut sein, wie du wolltest. Weißt du, bis nachts. Du konntest da pennen. Du hattest da eine eigene Küche. Aui, das ist was, was man sich so mit Homies auf Private gemietet hat? Genau, du konntest dich so mieten. Ah, nee, sowas hatten wir nicht. Bei uns war's mehr wie so eine Partylocation, so ein Club, wie so ein Clubhouse, würde ich sagen. You know? Okay. Das war so, da wurden dann später so diese Abiball-finanzierenden Trackpartys gemacht, wo man so einen Tequila-Shot in Euro oder so gemacht hat, Digga. Wie so ein Festsaal oder so ein Shit. Ja, nicht so ganz. Das war so ein länglicher Clubraum einfach. Okay, ich check, so Sportheim-mäßig. Ja, so als hätte man diesen Raum, in dem wir gerade sitzen, mal zwei genommen und einfach so aneinander gepackt. Und dann steht da so eine Tischreihe, ne? Ja, genau. Und dann noch so ein Kicker und dann irgendwie so ein Bierpongt-Tisch und dann so eine Bar. Mehr nicht. Okay, check. Und so Sitzsäcke. Bei uns war das von dem Sinne viel geiler, weil du warst wirklich komplett für dich selber. Da ist auch niemand vorbeigekommen. Also höchstens mal irgendein Förster oder irgendein Typ, der Waldspazierungen gemacht hat. Aber so, du warst da komplett für dich selber. Du hast eine Küche, du hast ein Klo. Klo war ein bisschen, naja, so outdoor-mäßig, aber da kommen wir gleich noch drauf. Hier, Kevin schaut auf mein Handgelenk. Und du hattest halt draußen so Grillstellen. Im Sommer konntest du dann auch grillen und schilden. Und du hattest halt so eine große Wiese, die noch davor war, mit so einer Art Spielplatz, weil auch das irgendwie ein Spielplatz ist, so Wochenends über, keine Ahnung. Und die habe ich, glaube ich, zwei, drei Mal gemietet. Auf jeden Fall für meinen Sechzehner. Auf jeden Fall für meinen Siebzehner. Und ich weiß nicht, vielleicht nur für den Fünfzehner oder so. Boah, voll geil eigentlich. Achtzehner waren woanders. Aber den Sechzehner, das weiß ich noch sehr konkret, weil da waren wirklich halt auch, man hat viele Leute eingeladen. So, und dann hast du halt mit deinen Eltern, hast du dann so ein Voraus eingekauft. Dann hat er gesagt, guck mal, hier, Vater, so und so. Sechzehner, ne. Haben wir gesagt, Bier. Halt Bier. Dann haben die alle gesagt, okay, Bier ist okay. Das kaufen wir dir. Und dann bist du mit denen so gefahren. Hast du drei, vier Kästen Bier eingeladen im Kofferraum. Bist du noch zur Location. Das war so geil, weil das war zum Beispiel dann samstags, war die Party. Und dann bist du schon so mit deinen Eltern samstags so zwölf Uhr hin. Du hattest dann den Schlüssel bekommen vom Bauhof so. Oh mein Gott, ja. Und dann hast du so mit den Eltern so aufgebaut. Dann haben die so, weil die denken noch so, das ist so geil, weil du lebst dieses Doppelleben. Weil so deinen Eltern spielst du so vor, ja voll cool, dass ihr jetzt auch noch Kartoffelsalat gemacht habt. Und so diese Pappteller hier gerade aufbauen. Ja, weil wir werden nur hier sitzen und essen und so. So halt ein bisschen Bier trägt, weißt du so. Ja, ja. Und abends sind dumm gesoffen. Genau. Und irgendwer hat noch so von seinem großen Bruder so einen abgecrackten Yelzin-Wodka mitgemacht. Dann irgendwann gehen die und dann kommen die Leute und dann bringen die in so ungelabelten Plastikflaschen irgendwelches Zeug mit so. Oh mein Gott. Ey, meine erste Erfahrung mit so Hartalk war auch aus so einer ungelabelten Plastik, das war so eine 1,5 Liter No-Name-Cola-Marke. Ja. Wo diese Plastikfolie aber ab war und da drin war nur so eine Pampe und das war dann so Jackie-Cola oder so. Und ich hab das, also ich kann mir bis heute nicht vorstellen, dass da wirklich Jackie drin war und wenn dann nur wenig. Und ich, es hat 1 zu 1 so geschmeckt, wie diese Vanilla-Coke schmeckt, die so ein bisschen so Milchreis-Cola schmeckt. Bro, vielleicht haben die einfach Vanilla-Cola reingemacht. Ich glaube, ja, I don't know. Es war einfach nur ekelhaft süß, Digga. Ich fand's richtig disgusting. Ich finde auch so, wenn irgendwas umgefüllt wird in so eine Plastikflasche, die schon so ein bisschen abgefuckt ist, das hat sowas unfassbar Reutiges, ne? Ja, voll. Aber ich war, ja, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, wir haben damals auch dann wirklich schon so Woddy und so und alles und dann, das Krasse damals war Absinth, ich weiß noch. Dann hat jemand Absinth mitgebracht und hat gesagt, wenn du davon mehr als ein Glas trinkst, wirst du verrückt. Das war die Law, die rumging. Da wirst du verrückt. Und da sagst du, ja, ja, Polizei, sagst du und so, der eine Bruder ist schon verrückt geworden und so auf den. Und dann haben wir alle gesagt, scheiße, krass, Absinth und so. Und dann der traut sich und dann hat man so geschottet ab und dann so, oh mein Gott, ich hoffe, die werden jetzt nicht verrückt und so. Und das war so geil. Bro, Kinder sind so dumm, Alter. Ja, ich meine, damals waren wir schon 16. Also nicht mehr so Kinder als Dings. Ja, Digga, wie erwachsen ist man mit 16 halt. True. Damals denkst du, du hast alles gecheckt. Du denkst so, Bruder, ein Jahr noch, ich gründ' Familie. Komm, mach. Ja, genau so. Ja, ich gründ' Firma, Digga. Ja, ich werd eh businesserfolgreich. Ich hab ja eh alles verstanden, ne? Schule kann ich auch aufhören bald. Digga, ich stelle 16 so dumm. Aber das denkt man, glaube ich, mit jedem, ich glaube, mit jedes Alter denkt man das. Bro, wenn wir jetzt gerade in zehn Jahren gucken, wir drauf zu, ich sag, oh, guck mal, diese Hurenzöne, wie die da sitzen und reden, ne? Wirst du dir auf diese Stelle geben? Ja, voll, voll. Aber ey, was ich ehrlich sagen muss, in dieser Hütte, an diesem Geburtstag, eigentlich mehrmals, das war wirklich, Alter, das war die Keimzelle für Leute kommen zusammen, Leute trennen sich und man kann potenziell rummachen. Das war immer krass, weil du bist, also ich hab ja immer im Winter Geburtstag, November, weiß natürlich, 4. November, dann weiß natürlich, dass ich da Geburtstag hab. Ähm, und dann war's halt immer kalt draußen und man, äh, man war halt also meistens in der Hütte und da war sogar so ein Kamin, Bro. Man hat mit so Kamin gemacht, da ist schön warm drin gewesen, aber es gab halt immer so Leute, die haben sich da mal so rausgeschlichen und da waren da so Felder, da konntest du so rein, die schleichen oder konntest du ein bisschen in den Wald gehen. Warst du das zufällig? Ich wünschte, ich wär's gewesen damals, Bro. Ich war, ich war wirklich, ey, wenn ich auf den Dominik von damals denke, ich denk mir so, Bruder, ey, oh man, so viele Miss-Opportunities. Also andere haben das immer gemacht und man stand immer so da und denkt so, ja, man wär für geil, wenn ich das auch mal wär. Und dann gab's eine Übernachtung, dann haben, irgendwann haben wir dann gesagt, an dem Abend so, haben wir gesoffen, okay, jetzt gehen wir pennen, right? In diesem Haus. In diesem Haus. Irgendwann kommt dieser Punkt und alle sagen, okay, lass pennen gehen. Auf was pennt man dann? Weil das sind ja keine Betten. Wir hatten halt Schlafsäcke und ISO-Matte und so dabei. Boah, hast du auch abgecrackt, wenn man auf Suft dann so auf eine ISO-Matte pennt, Digga. Ja, das war nicht so geil. Ja, das ist Quatsch. Manche haben auch so Bänke zusammengeschoben und so und, äh, cool, das war auch so geil. Ey, ein Kollege von damals, der hat mir gesagt, wir pennen so und dann kommt er zu mir und sagt so, ey Dominik, der hatte noch so, ich weiß gar nicht was, der für ein Handy hatte, so eins, so Nokia, aber schon von diesem moderneren, wo schon so krassere Games drauf gab und so. Und dann kommt der so her. Tony Ericsson oder so. Ja, so eins mäßig. Dann kommt er und sagt, ey, Digga, ich hab Strip-Poker auf dem Handy. Boah. Da kam er so, da haben wir noch so Strip-Poker gezockt, aber es war irgendwie auch voll nervig dann, weil der, glaub ich, richtig scheiße im Poker war. Und dann hat nie jemand gestrippt. Ich guck so voll lange, ich denk so, boah, wann sieht man mal ein paar Titten oder so, was ist denn hier los? Ich hab, ist nichts passiert. Irgendwann gehen wir pennen und dann war halt so, ey, ich penn halt hier und dann legt sich halt so eine aus, die ich damals so von der Schule kannte, die halt auch auf dem Geburtstag war, legt sich halt so extrem nah an mich ran. So auf den. Und dann sagt die, ich weiß nicht mehr so hundertprozentig, aber es war irgendwie noch so ein Shit wie, ey, es ist voll kalt und so mäßig, können wir mal so näher so zusammenliegen und so, ne? Und ich schwöre bei Gott, wie gell, keckt sich schon in der Kamera komplett irgendwo. Ich schwöre bei Gott, ich so, ja klar, dann wärme ich dich, ist ja gar kein Problem. Oh, Mann. Und in meinem Kopf null Prozent gecheckt, was hier gerade lief. Null Prozent. Ich so, ja gut, ist ja kalt, hat ja recht. Ich dachte, noch so schlechter Gastgeber, jetzt muss noch eine frieren hier, weißt du? Ich dachte so, scheiß, soll ich nochmal Ofen anmachen oder was ist los, Alter? Die friert dann gewärmt und dann so, ja, jetzt geht's ja wieder so bestimmt. So, dann, Gute Nacht auf den. Und ich sag, im Nachhinein denkst du manchmal an diese Situation, ich mein, Gott sei Dank ist alles jetzt wie es ist, ne? Wer weiß, was passiert wäre, aber ich denk mal so, Bro, diese Situation ist so bezeichnend für so viel Shit, den ich einfach nicht gecheckt hab. Das ist so relatable. Kurze Funfact, in der gleichen Nacht wären wir noch fast alle umgekommen in diesem, in dieser Hütte. Kurzer Funfact, wir wären fast gestorben. Es gab so einen kleinen Korb mit halt so diesen dünnen Holzscheiten, die man so nimmt, um Feuer zu starten, weißt du, diese dünnen Holzbündel. Das sind immer so kleine Holzsticks und dann sind die so zusammengebunden, oder? Sowas zum Beispiel oder halt quasi von einem dickeren Stamm, aber so ganz dünn abgehackt. Ah, ja. Weißt du, so diese waren da drin, ein bisschen Zeitungspapier zum Anmachen. So, das war halt, das stand halt neben dem Kamin, um ihn zu starten. Oh mein Gott. Und irgendjemand hat im Suff Kohle aus dem Kamin genommen und wollte die halt, oder irgendwo Kohle weggemacht, wollte die halt wegwerfen, hat die aber in diesen Korb reingetan, die hat halt noch so geglimmt. Und wir lagen halt alle da und waren halt so besoffen am Pennen. Ich glaube, wir wären ja nicht groß aufgewacht, bis die Scheiße abgefackelt wäre. Wir hatten einen von der freiwilligen Feuerwehr, der dann im Suff noch kurz sein Unterbewusstsein channeln konnte, den inneren Feuerwehrmann und so gesagt, fuck, ich muss normal werden. Und dann hat er das irgendwie so geräuscht und gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann hat er gesagt, hier brennt's. Und dann hat er den Korb geschnappt, der auch schon so am Dingsen war, ist nach draußen und hat gesagt, Dominik, wach auf, hier brennt's. Und ich so, äh, warte, bin raus und dann haben wir das noch mit so Wasser und so gelöscht. Und in dem Moment haben wir gar nicht gecheckt, dass wir da fast gestorben da drin wären. Crazy, crazy. Also ich wäre gestorben, ohne diese Chance genutzt zu haben, mir da einen zu bumsen, Alter. Weißt du, wo ich mal in so einem Clubhouse fast gestorben wäre? Vor Lachen. Das ist so mein MMO-Story, Linger. Streamer stirbt lachend. Ein guter Homie von mir, Robin. Schon wieder? Es gibt so viele Storys von Robsten, ey. Wirklich beste Meme-Potenzial, der Mann. Viele Leute kennen ihn vielleicht aus so alten IRL-Streams oder so. Wir haben mal so einen Grill-Stream gemacht, vielleicht gibt man da Robsten von. Da hat Robsten draußen im Regen noch. Es hat geregnet, okay, wir wollten einen IRL-Stream machen vom Grillen. Wir haben so alles vorbereitet vorher und so. Dann kamen so meine Homies rum. Es hat so geregnet und einer musste jetzt draußen grillen, ne? Digga, Robsten sich im Sturmregen draußen hingestellt, Junge, der mit so einem Regenschirm, Digga, der ist jetzt was weggeflogen und hat da so gegrillt, Digga. Als wärst du sein natürliches Habitat. Aber hat er sich freiwillig gemeldet? Ja, das ist so ein Robsten-Ding, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir waren halt auch mal in so diesem Clubhouse-mäßigen bei uns. Das war, ich glaube, jemand hat auch seinen Geburtstag gefeiert. Ich glaube, es war vielleicht sogar Tamino. Also ein anderer sehr guter Homie von mir. Und dann waren halt auch super viele von unseren Leuten da und so. Unter anderem meine erste Freundin. Aber. Und ich war mit der halt nicht mehr zusammen. Wir waren inzwischen alle 16 oder so. Das war also zwei Jahre her. Ich hatte eine neue Beziehung. Sie war Single. Robsten war Single. Und jetzt kommt der Funny-Part. Alle waren so überbesoffen. Aber Robsten war immer der besoffenste. Immer. Ja, klar. Auf jeder Part war Robsten der besoffenste. Immer. Und wir waren alle so gut angetrunken. Aber man hat noch alles gecheckt. Weißt du? Jeder. Außer Robsten und mein Ex-Girlfriend. Und dann, Digga, das ist wirklich legendär, Bro. Ich kann das gar nicht so richtig erklären. So. Du kennst es doch, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie, man hat Hochzeit oder so, dies, das. Und dann, äh, man irgendwie küsst die Braut, aber man küsst die nicht normal, sondern man wirft die so über den Arm. Dass sie sich so nach hinten biegt. Dass sie sich so nach hinten biegt, ja. Ja, okay. Ungefähr so, aber jetzt steht davon die Extremvariante vor. Bro, no joke. Ich muss das kurz mal nachmachen hier vor Ort. Digga, wirklich, er hat richtig so reingelauncht. So. No joke. So hat er reingelauncht. Digga, die Frau war fast am Boden, Junge. Da wirklich, das war der kleinste Winkel possible von der Frau und dem Boden. Digga. Warum? Ich weiß es nicht. Aber warum, also, haben die normal gestartet und er hat sie dann immer weiter nach unten gelegen? Ich glaube schon, die waren halt unfassbar voll, Bro. Und dann haben die halt rumgemacht und alle haben sich weggekackt. Es war halt so funny, weil es halt auch noch on top meiner Ex-Freundin war. Fannst du es auch lustig? Ja, übertrieben lustig. Mir war das egal. Okay. Lieb da noch mehr bei denen? Weiß ich nicht. Aber, Bro, das, oh mein Gott, das war so funny. Holy shit. Ey, wirklich, dieses Bild, das lebt wirklich auch rent-free in meinem Kopf, Alter. Habt ihr davon ein Foto oder sowas? Nein, nein. Oh mein Gott. Bruder, das war so eine Zeit, da hat keiner daran gedacht, ey, wir müssen davon jetzt irgendwie ein Video machen. Das hat keiner gemacht. Ja, gab's nicht, gab's nicht. Das hat keiner gemacht. Das ist so schade. Das könnten wir sonst zeigen jetzt. Bro, mach mal. Fantompelt. Bro, ich muss... Du musst es mal Fantompelt zeichnen oder so. Ja, oh mein Gott, das ist genial. Vielleicht gibt's einen von Fiverr, wo du das so beschreibst. Und Fotos von den beiden schickst, von damals. Und dann sagst du, die und die Position, zeichne mal, mal mal. Ja. Müssen wir machen. Ja, Bro, aber ey, weil du meintest, Mist Opportunities, da gibt's so viele, die ich alle schon mal erzählt hab, aber ey, so diese beiden besten Freundinnen, ich will jetzt gar nicht so den machen, als wäre ich der krasseste Lady Checker, sonst kommt wieder Keiler Chikes um die Ecke und nimmt mich komplett hoch. Keiler Chikes oder? Keiler Schicks. Keiler Schicks hat sich bei der Arme ge... Egal, ey. Bro, wo war das mit dem? Ich wollte ganz kurz irgendwas sagen. Er hat sich auf die Arme gebrochen, Bro, also die brauchen nichts sagen. Ich dachte, du sagst jetzt, Keiler Schicks hat sich die Arme zerwichst oder so. Ich wollte einfach sowas sagen wie gebrickst, aber dann hab ich gemerkt, dass das keinen Sinn macht irgendwie. Gebrickst. Hey, ich bin der Gründer von Blue Bricks. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, fast so ein Fick, Bro, Alter, ey. Auf jeden Fall, ey, bevor jetzt wieder irgendjemand mich kommentiert, ich erzähl die Story einfach so, wie ich sie wahrgenommen hab, okay? Ja. Und zwar, ich hatte halt einmal, also diese zwei besten Freundinnen, da gab's eine Situation, da lag wir mit Ropsen, das ist alles gut, Digga, ich bin der Gründer von Blue Bricks. Ach, du Opfer, Alter. Ja, komm weiter, sorry. Okay, okay, auf jeden Fall, es gab zwei Situationen mit diesen besten Freundinnen. Einmal mit der einen, das ist eine, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ja, sag. Okay, ist eine Chinesin gewesen und die andere ist eine Russin, damit wir kurz zuordnen können, wer was ist, okay? Krass, dass du das gesagt hast, Bro, hätte ich nie von dir gedacht. Du Bastard. Sagst du einfach im Podcast, dass eine die Chinesin war, bist du verrückt? Nein, ich meine, jetzt weiß man. Kann man doch nicht mehr sagen heutzutage. Mann, jetzt weiß man. Mann, jetzt weiß man. Mann, jetzt weiß man, ich weiß nicht, wie ich das war. Mann, Digga, so weiß ich das nicht. Wie, du weiß das nicht. Mann, Bro. Warst du nicht in diesem oder nicht? Mann, Alter, ich weiß, ja, was. Ja, dann kann man doch sagen. Mann, ich meine, weil jetzt jeder, der mich kennt aus dem Real Life, weiß, wen ich meine. Ach so. Ja, gut, Bruder, ich glaube, der Zug ist eh abgefahren. Okay, okay, als ob das so schlimm wäre, dass sie eine Chinesin war, Bro, what the fuck. Du, so, kann man das sagen? Ich so, ja, sag, ja, okay, sie war eine Chinesin. Ich so, hä? Als ob der das sagt jetzt. Okay, auf jeden Fall. Jetzt geben wir einmal eine Situation mit der Chinesin und einmal mit der Russin, okay? Situation mit der Chinese war, wir hatten ein Musikprojekt mit, das habe ich schon mal erzählt, aber ich mach den kurz Overview. Mach schnell, ja. Ropsen, meine zwei besten Freundinnen und ich, mussten von Aber, die sind einen Film gucken, wie heißt der, Mama Mia, glaube ich? Ja. Und mussten ihn analysieren. Was wir gemacht haben, wir haben den Film geguckt, jeder hat sich ein Girl geschnappt und wir haben rumgekuschelt. Ich mit der Chinesin, Ropsen mit der Russin. Wait, also es ging doch was mit den besten Freundinnen. Naja, wir haben aber jetzt nicht rumgemacht oder so, you know? Gekuschelt. Es war einfach nur so, hey, uns war kalt, so, mhm, dies, dies, blablabla. Weißt du, wie du meinst, man hat es nicht so richtig gecheckt, you know? Ja, man war so halb, ja. Ja, 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 genau, genau, genau. So. Und wir haben aber nicht, wir haben nicht aufgepasst, Bro. Wir haben halt mit den Girls dann halt so, ne, so rumgeschakert und so. Man hat halt nicht so richtig aufgepasst. So ein auf den. Ja. Jetzt ein bisschen cringe, I know. Geschakert, Bruder, das sagt meine Mutter. Auf jeden Fall, dann kam wirklich der legendärigste, äh, Zufall des Universums. Unser Musikleater ist krank geworden und es war am Ende des Jahres und wir mussten diese Präsentation nie halten. Damn. Digga, wir hätten sonst alles nochmal machen müssen. Das ist krass, da wirklich kam. Ja, und dann die zweite Miss-Optionie war mit der anderen. Die hab ich dann irgendwann, das war das mit dem Hintergrundbild. Mit der Russin. Ja. Dadurch dann, äh, war ich auf einer Party und hatte von einer anderen, obwohl ich die nur auf einer Party gesehen hab, die als Hintergrundbild gemacht. Ich hab mit der nicht rumgemacht oder irgendwas. Dumm. Und dann war ich bei meiner besten Freundin, das war diese Russin, und, äh, hab dann so gesagt, hey, yo, ich hab dieses Mädchen kennengelernt, äh, die sieht übrigens so aus, ich hab die jetzt schon als mein Hintergrundbild. Ähm. Oh mein Gott, Bro, das ist so dumm. Und, und, Digga, die war halt über, also man muss davor sagen, man, was das Ganze noch dümmer macht, immer wenn wir bei ihr gechillt haben, haben wir so ein Löffelchen gekuschelt. Pfff. Bro, jedes Mal die Story hört, will das dümmer, ne? Ja. Also, wie kann man damit leben? Weiß ich nicht. Wir haben, also, du musst dir vorstellen, wir haben so als Löffelchen gekuschelt, als Freunde. Ja. Dachte ich. Ja. Und dann hab ich ihr so dieses Bild gezählt. Yo, äh, das ist übrigens die hier, die hab ich kennengelernt hier. Bro. Äh, die fand ich mega süß und so. Stell dir mal aus ihrer Sicht vor. Sie denkt so, ey, da ist dieser Typ, und wir machen so ab und zu was, und wir kuscheln immer so Löffelchen. Vielleicht heute traut er sich endlich mal, vielleicht mich zu küssen oder so. So denkt die. Ja, 100 Pro. Und dann, und dann an dem Abend was passiert. Ja, okay. Anstatt mich zu küssen, hat er mir jetzt eine andere Frau gezeigt, die er schon als Handy-Hintergrund hat. Bro, crazy. Stell dir vor, das würde jetzt in unserem jetzigen Alter passieren. Ja, dann würde man halt wirklich jemanden zum Psychiater schicken. Also, wenn du es im jetzigen Alter machst, dann würdest du sagen, gut, das ist so lost, das kann kein, das ist ein NPC. Das kann kein normaler Mensch, würde sowas machen. Ja. Aber früher haben wir halt so Scheiße gemacht. Ich weiß auch nicht, man. Ich war auch, ich hab diese Sachen so doll verdrängt. Also, dieses eine Mal mit dem da pennen, auf jeden Fall. Bro, es gab auch eine, die hat so, die hat so seit dem Auge, äh, seit dem Kindergarten Auge auf mich gelegt. Ich hab's nicht gecheckt. Ich dachte, du kommst jetzt seit dem Kindergarten und hat die kein Auge oder so. Was genau wäre da für eine Miss Opportunity? Ich komm noch nicht drüber hinweg. Kann man das sagen? Sie war ich lesen. Ich so, oh boah, also, du sagst. Oh, man. Scheiße, Mann, ey. Das Geilste war früher immer, man hat halt dieses Thema so, Jungs, Mädchen rummachen, ganz, ganz anders betrachtet als heute, ne? Und das Geilste war immer bei so Sleepover, wenn man dann so, wenn die Jungs so alle so lagen, also war immer ohne Mädchen natürlich, Mädchenfreie Zone war da bei uns. Ja, Mann. Mädchenverbot. Weiber raus. Weiber raus. Weiber raus. Weiber raus. Weiber raus. Weiber raus. Ich weiß noch, wir haben einmal ein krasses Sleepover gemacht mit so sechs, sieben Leuten bei einem Dude, den wir alle nicht so gern mochten, aber wir sind halt zu ihm gegangen, weil der hatte immer krasse Play-Z-Games und so. Und der hat das halt auch selber PlayStation-Party genannt. Oh, Mann. Der meinte, so wollt ihr kommen zur PlayStation-Party, war halt so ein typisches Einzelkind. Also, du bist der eine noch von den coolen. Ich glaube, so ein Prozent Einzelkind ist ein bisschen cool. Ja, ich glaube, so cool jetzt auch nicht, aber ein bisschen cooler als du. Also, du hast halt soziale Skills, Bruder. Ich glaube, ich bin above average cool für ein Einzelkind. Ja. Aber er war halt wirklich alles, was man sich vorstellt. Also, wenn du alle negativen Perks mitnimmst als Einzelkind, war das er. Oh, Mann. Und er hat dann gesagt, Play-Z-Party. Und dann haben wir da halt ein bisschen gezockt und haben dann da gepennt. Am nächsten Morgen kam die Mom von ihm rein. Ich weiß noch ganz genau, die kommt rein ins Zimmer und riecht so rein und sagt, oh mein Gott, Leute, hier müssen wir lüften. Hier stinkt es wie ein Puma-Käfig. Das war ihre Impression. Er scheint hat es krass gestunken. Auf jeden Fall, immer wenn man eingeschlafen ist, hat man diesen, es ist so kurz, okay, wir gehen ins Schlafen. Okay, Licht aus. Kurz so still. Und dann sagt einer so, ey, in wen seid ihr verliebt? Immer. Und dann redet man noch so zwei Stunden. Ja, ja, und dann so, ey, ich sag dir ehrlich, die und die und alle so, oh, krass, als ob und so, warum? Oder nicht mal so, in wen seid ihr verliebt, sondern in wen seid ihr? Jo! In wen seid ihr? Ja, stimmt so. In wen seid ihr? Ja, die, Anna, so und so. Und alle so, ja. Man muss doch immer in jemanden verliebt sein. Das war so ein Ding. Und dann, wenn du gesagt hast, ey, in keinen gerade. Ja, Lama! Das traust du dich noch nicht. Save die eine. Ja, 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 ja. Das ist so stark damals, ey. Ey, ich find's geil, wie wir aus der Folge hier, die kommt ja quasi um Weihnachten, eine richtig weihnachtliche Folge haben. Es ging richtig um Weihnachten heute. Wahnsinn. Was machst du an Weihnachten? Was wünschst du dir? Bro, actually, ist, ich, boah, ich glaube, ich kann revealen, was ich genau in diesem Moment mache, wenn diese Folge online kommt. Warte mal, wann kommt die? Am ersten Feiertag, right? Am 25. Abend. Tim, kann ich da schon sagen, was ich da mache? Am 25. Okay, Tim, guck ganz kurz. Boah, aber ich, ich glaube, ich weiß selber nicht. Oder? Ich glaube, du weißt es nicht, ne. Oder ich hab's mal kurz erwähnt, nur. Was machst du denn? Okay, warte, wir warten kurz. Falls ich das sagen kann, ist es übelst cool. Lass dir einen zweiten Schwanz operieren? Oder was? Kann ich sagen? Ja? Zweiten Schwanz? Sonntag 18 Uhr kann ich sagen. Wird double gecheckt. 25. Tag 18 Uhr. Wir müssen kurz double checken. Das ist wirklich wichtig, weil sonst ruinier ich was. Was passiert denn was? Bringst du dir irgendwie ein neues YouTube-Video raus, oder was? Oh my God. Hey Leute, neue Reaction auf Moneyboy. Kommt raus. Krass. Ja, wird das jetzt was Krasses? Ja, okay. Okay, ich werde genau in diesem Moment nicht in Deutschland sein, sondern meine Mom ist aktuell in Portugal, okay, und hat sich, warum auch immer über Weihnachten, das ist mega verkopft, muss man echt sagen, für drei, vier Wochen einen Airbnb gezogen in Portugal, weil sie vielleicht dahin auswandern möchte und so. Ist ein bisschen längere Story und sie will mal so ein bisschen anchecken, wie es ihr gefällt und so. Ja. Deswegen so lange. Und sie braucht einfach Urlaub, weil die Frau ist nur am Arbeiten das ganze Jahr. Die Frau soll Urlaub machen, so wie ich finde. Ja, genau. Und hat sie halt gesagt, hey, kommt gerne rum, so kein Problem. Die meinte auch, dass du mit deiner Freundin easy rumkommen kannst, kein Problem. Ja, schaffen wir das. Wird knapp, glaube ich. Wird schwierig. Nächstes Mal. Ja, das ist ein bisschen ein weirdes Teil. Aber so auf jeden Fall meinte sie so, kommt rum. So, dann haben wir halt so geguckt, okay, wie ist Flug und so und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann halt irgendwie nur für so drei Tage rumkommen, okay. Und ich weiß jetzt nicht, ob das worth ist und im neuen Jahr ist es auch ein bisschen schwierig und so und ich will jetzt auch über Silvester bin ich halt hier. Da haben wir ja schon eine Party, die ich zugesagt habe. Wird mega cool bestimmt. Genau, auf jeden Fall habe ich dann meiner Mom so mäßig so gesagt, sodass ich nicht genau weiß, ob ich das machen kann. Und meine Mom hat wirklich so, sie meinte, ey, ich verstehe das komplett und so. Major Sadness. Ja, also sie hat es übertrieben verstanden und es wäre auch gar kein Problem, wenn nicht. Aber sie war halt auch mega sad, hat man schon mitbekommen. Schon besser. So, und jetzt haben wir einfach, ohne dass sie es weiß, also meine Mom denkt, dass wir uns an Weihnachten das erste Mal, das ist das erste Mal, dass wir uns an Weihnachten nicht sehen würden. Oh mein Gott, überrascht die. Und meine Mom weiß es nicht, dass wir kommen. Die ist in einem anderen Land, Bro. Weit, weit weg von hier. Drei Stunden mit dem Flugzeug. Das ist krass. Und denkt, wir sehen uns an Weihnachten nicht. Das ist das erste Mal in meinem Leben, glaube ich. Bro, das ist crazy, weil ich habe kurz vor der Aufnahme dich noch gefragt, was machst du an Weihnachten? Aber anscheinend bist du bei deiner Erzählung genau an dem Punkt gestoppt. Ja, genau. Und am 25. fliegen wir dann dahin. Und ich weiß noch nicht genau, wie wir das aufpullen. Kann sein, dass es mega wack wird. Aber kann auch sein, dass wir das richtig sneaky bekommen. Mein Plan ist, wir kommen nämlich früh an. Ach so. Und wir müssen von jemandem abgeholt werden, weil das ist eine halbe Stunde vom Flughafen. Ja, ihr olle. Genau. Und dann der Lebensgefährte von meiner Mom, meine Idee, mein Vorschlag war, dass der sagt, hey, so mäßig, hey Schatz, ich hole Frühstück. Dann ist er aber ein bisschen länger weg, holt uns ab und wir kommen mit Frühstück und ihm, kommen wir halt wieder. Bro, du musst das krass machen. Der soll so richtig Story fabricaten. Der soll dann so schreiben, boah, hab Platten mit Auto. Ich steck hier so und so fest. Dann sagt sie, ah, dies, das. Ja, ruft dann, dann sagt der, nee, ich hab hier so ein freundlicher Spanier, hat mir auf einmal geholfen und so und so. Dann schickt mir so ein Bild von mir, aber ich hab so ein Spanier-Outfit an. So ein fucking Mustache hast du aber. So richtig Stereotype, noch irgendwelche Sachen, was die so portugiesisch sind. Was ist doch portugiesisch? Sombrero? Keine Ahnung. Ich glaub, das ist low-key racist, aber egal. Sombrero mit Portugal-Flagge. Ich fass so null rein, hinter uns sind so normale Portugiesen und dann steh ich so komplett Stereotype racist. Ich glaub, das wird eine krasse Überraschung, wenn du auch einmal da stehst. Ja, dann flieg ich halt mit meiner Freundin dahin und wir überraschen meine Mom. Wie lange bleibt ihr dann? Nicht lange, halt drei Tage. Okay. Leider geht's nicht länger, weil dann der große Kick ist von TriMax. Ja, stimmt. Ja, ich wünsch, also ist geil, ich freu mich sehr drauf, aber ich wünschte, das wäre nicht da, weil dann hätte ich so sieben Tage bleiben können, weißt du? Hättest du auch sagen können, fick auf den großen Kick. Ja, kann man auch machen, aber weiß ich nicht genau. Ja, gut. Aber also ich hatte eigentlich, sobald sie uns auch eingeladen, ich hab vielleicht so ein bisschen mit der ersten Januarwoche ein bisschen geliebäugelt, dass wir es vielleicht schaffen. Ja, aber sieht jetzt ja schlecht aus, du fliegst ja nicht zweimal runter, oder? Nee, glaub nicht. Okay. Ja, gut, dann, aber trotzdem eine sehr schöne Überraschung, finde ich. Sehr, sehr schön. Ich werde auf jeden Fall, also ich düse jetzt heute schon, wo wir aufnehmen, also am Mittwoch, düse ich schon so Family runter. Ich wollte eigentlich am liebsten schon Montag oder Sonntag, weil ich auch meine Familie jetzt echt schon lange nicht mehr gesehen habe und irgendwie dachte, ey, wenigstens an Weihnachten mal so ein paar Tage mit denen einfach mal chillen. Weißt du, weil sonst die Besucher waren halt so, hey, ich bin einen Tag unten, davon bin ich aber einen halben Tag bei dem Homie und dem und dem irgendwie und dann sehen wir uns und dann müsst ihr auch noch arbeiten und wir können uns so kurz Hallo einmal sagen und da irgendwie fand ich das wack. Deswegen fahre ich jetzt schon ein bisschen früher, nehme aber trotzdem meinen PC mit, weil wahrscheinlich der Tarkov-Vibe am 23. oder 24. reinkommt laut Berechnungen und ich glaube, mit meinem Laptop kann ich nicht zocken und das kann ich nicht verkraften nicht zu zocken, deswegen nehme ich wahrscheinlich Rechner nach unten mit. Vielleicht gibt es dann sogar ein paar Streams von unten, mal schauen. aus dem alten Setup, Digga. Wie Icon, Digga. Geil, oder? Mit dem Bett im Hintergrund, wo man gefickt wurde. Ich weiß auch noch, Digga, wir in dem Podcast auf, ganz am Anfang, die ersten Podcast-Folgen haben wir ja nicht mit Kamera aufgenommen, sondern halt, also schon mit Kamera, aber nur für uns privat und dann weiß ich noch immer, Digga, Da lag immer so Frauen, Alter. Mehrere. Und wir mussten so tun, ich weiß noch, da gab es so manche Folgen, da haben wir auch über so Girls geredet und man hat mal richtig gemerkt, so dass du das dann immer so, weil du hast mich halt über Kopfhörer gehört, aber die Girls natürlich haben mich nicht gehört und dann musstest du immer so, du hast immer so sehr, sehr kurz geantwortet, damit du nicht so, jetzt so, weißt du, wenn ich so gesagt habe, ja, hast du damals die Alte gefickt und dann hast du nicht gesagt, ja, Mann, die habe ich richtig wegge... weggeknallt. Weggebrock rundet, Alter. Ja, genau, genau, genau. Du hast immer so gesagt, so, ja, nein. Ja, habe ich. Ja, genau. Ja, so, dass da so die Girls, die mir so dachten, ja, okay, das könnte alles sein. Bro, bist du gerade for real on God? On God for real, Bro. Ich habe daran fast keine Erinnerung, dass ich das so machen musste. In meiner Erinnerung war nur, glaube ich, das war ein, zwei Mal. In meiner Erinnerung war einmal eine Frau hinten drin. Zweimal, zwei, dreimal. Warte, was soll ich euch sagen, ne? Aber es war immer dieselbe, es war immer dieselbe. Ich habe es halt noch drauf. War immer dieselbe. Ja? Weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich auch nicht. Ey, apropat, ich will es noch einmal ganz kurz antalken, weil vielleicht ist es auch ein weihnachtliches Thema, aber ich glaube, wir kriegen da keinen weihnachtlichen Twist rein. Für alle YouTube-Zuschauer, ich habe ja auch nämlich noch eine kranke Watch an der Wrist. Ich war im Schlaflober zwei Tage lang und habe jetzt endlich, vielleicht können wir davon auch ein Bild einblenden, es sieht aber ein bisschen wild aus, habe jetzt endlich meine fucking Maske, die ich mir auf die Nase schnall, wie so ein verfickter Rüssel, Bär, Alter. Oder sagen wir, wie es ist, dieses Bild sieht aus, als hätte es so ein Bombengürtel an. Das Ding sieht aus, als würde es zu Köln hochsprengen wollen. Ja, ja, weil da habe ich noch die Elektroden. Ich muss mal ein Bild machen, nur mit diesem Fick, aber es sieht ehrlich gesagt nicht besser aus. Und ich habe jetzt halt endlich diesen Atem-Fick bekommen, diesem Atem-Schlaurieder, dass ich nachts nicht mehr ersticke und habe jetzt quasi... Ich weiß gar nicht, ob die Zuschauer gerade oder Zuhörer gerade... Natürlich, jeder weiß, Schlafapnoe, Thema Schlafapnoe. Also Dominik, warte mal kurz, Schlafapnoe, der leise Killer. Was? Das ist so eine Apotheken-Umschau-Immerschrift. Ja, ich atme im Schlaf... Und dann du auf dem Cover, auch mit der Mütze. Mit der Maske geht es mir viel besser. Ich atme im Schlaf nicht. Teilweise, das ist eine große Erfolgskrankheit, Leute. Dann schläfst du nicht gut, bla bla bla, bla bla. Ja, kann auch richtig so Herzinfarkt und so, ne? Ja, genau. So. Aber das haben richtig... Also ich kriege, seitdem ich so ein bisschen drüber rede, schreibe mir voll viel auf Insta. Also das hat nichts mit Alter oder Dings, auch nicht mit Übergewicht unbedingt, ist es nicht gut, aber so. Man kann es einfach haben. Und viele Leute schreiben mir, bro, ich hab das auch. Und hab auch diese Maske und so, Real Talk. Das ist ein bisschen cringe, wie das aussieht, aber das würde dir so krass helfen. Und ich war so hyped auf diesen Termin, quasi gestern, zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo ich endlich meine Maske bekomme und hab halt die erste nach dem Labor gepennt. Sag ich dir ehrlich, die haben mir irgendwelche Metz da gegeben, bro. Ich war komplett aus einem anderen Planet. Okay, krass. Die haben mir so eine Tablette gegeben, oder die Schwester. Und dann hat die gesagt, jetzt liegen sie mal kurz im Bett, bitte wach mit der Maske. Atmen sie mal eine halbe Stunde. Einfach, dass sie sich gewöhnen daran, diese Maske zu haben, weil da ist ja immer so ein bisschen Luft, kommt ja rein. Und dann lag ich so halt, hab halt gechillt am Handy so, ein bisschen ein paar Blattestream geguckt, naja. Und dann kam die irgendwann nochmal rein und meinte, ey, sie braucht nur von, ich muss nochmal kurz aufstehen, irgendwas. Ich steh auf, Digga, das war krass. Ohne Scheiß. Ich hab eine Schlaftablette genommen, ne. Und ich denke jetzt auch nicht, dass sie mir eine fucking Morphium oder irgendwas gegeben haben. Die werden irgendwas normales. Ich steh auf, boah, es schwankt. No joke. So ein bisschen, als wäre man besoffen, aber auch ein bisschen anders. Ich merk so richtig, wie alles so, als wäre man in so... Haben die dir eine Xanax gegeben? Hast du eine Xanax gepoppt? Bro, als wäre man in diesem Spiegelkabinett, der Spiegel, der dich so macht, so... Ich bin ganz verrückt und wibberlich. Hast du eine Xany gepoppt? Ey, kannst du mal aufhören, dass du meine Freundin popst? Oh, legendäre Story. Ey, ich will die Story nicht jetzt erzählen, aber legendär, wer kennt. Schreib mal die Kommentare, Digga. Die Sandy Story. Ja, auf jeden Fall, die hat mich richtig rausgeschossen und in der Nacht hab ich richtig geil gepennt. Danach kommst du ja zum Arzt, der bespricht so und hab ich gesagt, Doc, wie sieht's aus? Hab ich wieder, bin wieder erstickt oder was? Und dann meinte der, Digga, hier durchgeatmet wie 1A, also die Maske wirkt und dann wurde gestern Nacht nochmal quasi mit den ganzen Verkabelungsscheißen bei mir zu Hause gemessen. Übelstressig, macht gar keinen Bock, im Schlaflabor ist geiler, irgendwie. Und da wurde dann heute Morgen gesprochen, davon bin ich quasi frisch hier hingekommen zur Aufnahme, hab auch nicht erstickt, hab auch durchgeatmet und jetzt darf ich mal drei Monate atmen und dann wird wieder kontrolliert. Okay, okay, also ist Status Quo jetzt, du hast bis jetzt nur mit diesen ganzen Elektroden und so gepennt, aber du hast aber noch nie einfach so gepennt mit der Maske. Genau. Das ist heute Nacht. Genau, das ist heute die erste Nacht und Status Quo ist auch voraussichtlich die letzten sieben bis Fragezeichen, Fragezeichen, Jahre hab ich pro Nacht zwölfmal pro Minute in diesen Phasen Erstickungsanfälle. Bro, und das heißt, dass du das jetzt nicht mehr hast und du vielleicht unfassbar kranker schläfst. Also ich werd safe, ich mein, es kann auch kein Wunder machen, wenn ich wieder mal um drei Uhr ins Bett geh und um acht Uhr der Wecker klingel, kann es die Maske auch nicht helfen, aber ich merk, allein heute schon merk ich, wie ich jetzt hier gerade bin und hier reinkam, ich hab viel mehr Energie hab. Ich komm auch mal und sag so, hi, ich bin hier, Digga, servus, äh, los geht's. Bro. Voll geil. Und jetzt mal schauen, so geil. Plus, dass ich halt nicht mit 50 an einem Herzinfarkt draufgehe im besten Falle, ne? Also, oder wenn dann, wegen was anderem, aber nicht wegen Penn. Und du warst ja jetzt auch zu deinem ersten Termin. Ja, genau, also ich war bei demselben und so und mach, ich mach genau dasselbe, nur, dass meins im Februar stattfindet, weil die super busy sind. Aber Februar ist ja um die, um die Ecke, wie wir in Deutschland sagen. Ich bin mal gespannt, was die da rausfinden. Ja, Mann, ich fänd's auch geil. Ich hab mich immer so ein bisschen weggecringed vor sowas wie so einer, also ich hab das ja schon mal gemacht und da haben die mir damals gesagt, dass ich so eine Spange mir reinmachen soll. Das ist so, glaube ich, wenn man das ein bisschen schwächer hat als du. Ah, dass der Kiefer so geschoben wird, ne? Genau, dann wird irgendwie der Kiefer so geschoben und ich hatte das schon zwei, drei Mal drin und das ist halt, ich fand's halt Murder Cringe einfach. Also was genau jetzt mit Cringe, meinst du? Mann, guck mal, so weißt du, du gehst so ins Bett und dann ist auch manchmal so dieser Moment, du liegst mit Girlfriend dann im Bett und dann denkst du so, so, hey, irgendwie so, wir könnten jetzt pennen, aber es könnte jetzt auch noch was gehen, weißt du, so und es ist so nicht so ganz klar, was jetzt abgeht und dann war immer so, mach ich jetzt das Ding rein oder mach ich das Ding jetzt nicht rein, weißt du, wie ich meine? Ja, aber dann hebst du dir doch einfach, dann hast du es in so einer kleinen, so einer Schachtel wie bei Zahnspange früher am Bett und dann einfach an dem Punkt, wo du safe weißt, es geht nichts mehr, packst du es rein. da bin ich eingeschlafen dann immer. Achso, dann soll sie es dir einfach machen. Also rein, also die Spange. Also was jetzt, Dominik? Ja, beides auch im Notfall. Mach mir die Spange rein, wenn du Bock hast, schwickst mir noch meinen Schanz ab. Das ist der All-in-One-Service. Ja, bin ich mal gespannt, aber ich glaube, du kannst auf jeden Fall bei deinem Thema Schlaf auch krass viel verbessern und ich bin wirklich jetzt zu diesem einen Hurensohn geworden, der jetzt so vorm Schlafen was liest. Oh, no joke. Huge, huge, huge. Das ist wirklich, ich glaube, das ist noch nach Veganern, die allen erzählen müssen, dass sie vegan sind, noch eins anstrengender. Dieser Typ, der auf einer Party dann sagt, ja, du, ganz ehrlich, das ist mit dem Handylicht vorm Einschlafen nicht so gut, mit dem blauen Licht. Ja, ich habe Nightshift an. Nee, tatsächlich, Nightshift hilft da auch nicht weiter und ja, ich lese ja zum Beispiel immer, ne, vorm Schlafengehen. Ja, schafft man eigentlich auch, wenn man sich ein bisschen mal anstrengt. So dieser Typ. Boah, Bro, so Leute gibt es ja wirklich nur. Aber ich habe es das mal gemacht und no joke, es ist wirklich krass. Das habe ich noch gemacht, bevor ich diese Maske hatte und ich habe wirklich da schon besser gepennt. Das war, das ist insane. Ich kann mir das nicht genau erklären, weil ich denke, mein Gehirnbruder juckt dich doch nicht, was ich davor mache. Wenn ich sage, ich schlafe, dann schlafe doch einfach. Aber anscheinend, es ist so eine Difference. Oh Mann ey, ich gucke immer Temptation Island oder sowas davor oder spiele Sudoku oder so. Hast du irgendein, okay, Sudoku spielen ist nicht so schlecht. Im Heft, im Heft. im Heft ist glaube ich gut. Hast du irgendein Buch, was dich interessiert? Ja Mann, viele. Also ich könnte jetzt keinen nennen, aber ich weiß auf jeden Fall, dass da draußen welche sind, die mich interessieren. Weil ich habe das halt auch so gemacht. Ich habe mir jetzt auch ein Buch mal so geholt, wo ich dachte, boah, das interessiert mich jetzt mal so ein Dings und das zwinge ich mich jetzt einfach mal zwei, drei Seiten und meistens werde ich eh so müde, weil ich denke, Bruder, lesen auch irgendwie. Ich würde voll gerne sowas lesen. Vielleicht kann mir da jemand was in den Kommentaren oder so fehlen. So ein Comic oder sowas Kleines mit ein paar lustigen Tieren. Mit wenig Text, viel Bildern. wo man noch so ein bisschen was auswählen kann. Ich würde voll gerne was haben, wo es so um so Geheimdienst, also so was Echtes. Nicht fiktiv, sondern halt was Echtes. Und es geht da so darum, dass irgendwie jemand, der mal so ein Ex- so ein Ex- Geheimdienstmitarbeiter oder so, der dann irgendwie exposed oder sowas. Aber das ist so geil geschrieben, dass das jetzt auch jemand checkt, der nicht übertrieben ein Thema ist. Ich glaube, genau so ein Buch habe ich zu Hause. In Stuttgart aber. Gibt es auf jeden Fall. Bringen wir mit. Ja, ich gucke mal, aber ich hatte, ich habe auf jeden Fall so ein Ding von Ex-FBI-Azze verrät die Tricks oder irgendwie sonst so ein Shit war das. Ja, so psychologiemäßige Folterung-Stuff und so, das würde mich interessieren. Okay, das ist auf jeden Fall meine Empfehlung der Woche, direkt Freunde und ansonsten, weiß ich nicht, macht euch ein schönes Weihnachten. Ey, und? Das Video kommt irgendwann noch diese Woche, aber ich habe einen veganen Weihnachtsbraten getestet in dem Video und muss sagen, den kann man wirklich essen, der ist eigentlich ganz lecker. Also ist es so Supermarkt-mäßig? Ja, den konnte man halt so fertig kaufen im Supermarkt, genau. Und den habe ich dann mit selber gemachten Kartoffelklößen gemacht und mit selber gemachtem Rotkraut. Das heißt, das Weihnachtsessen mit der Familie kann auch vegetarisch oder vegan funktionieren. Okay, pass auf, ich habe doch was ähnliches raus und zwar meine Empfehlung der Woche sind die veganen Dino-Nuggets von Iglo. Boah, die sind stark. Oder von Doktor, ne doch, müsste Iglo sein, Captain Iglo. Sehr, sehr lecker und die sind halt in Dino-Form. Die sind bockstark, Digga. Und die sind halt vegetarisch oder vegan sogar. Die sind stark. Sehr, sehr lecker, kann ich empfehlen mit Kartoffelbrei und auch über krass braune Soße, Digga. Es gibt so eine fertig braune Soße von Knorr oder Maggi, keine Ahnung. Die ist komplett vegan, Junge. Das hat mir Philipp Steuer als Geheimtipp gegeben. Junge, Philipp Steuer. Das schmeckt wie so eine Bratensauce, aber ist einfach vegan, Bro. Das stark. Wir hatten letztens Kartoffelbrei, die braune Soße, die Dino-Nuggets. Dann waren die Dino-Nuggets auch noch auf dem Kartoffelbrei, als wäre das so ein Vulkan. Boah, habt ihr das so hingestellt? Ja, ja, hat meine Freundin so gemacht aus Langeweile. Jesus. Und dann hatten wir noch so Bohnen dazu. Überkrass. Jo, das klingt crazy. Überkrass, Digga. Okay, das ist eine geile Empfehlung. Ja, Mann, sehr empfehlung. Schaut aus. Das ist meine Empfehlung der Woche. Leute, wir wünschen euch fantastische, geile Weihnachten. Kommentare, wie war euer Weihnachten? Was habt ihr zu Weihnachten als Geschenk bekommen? Wir schenken euch diese Folge und freuen uns auf nächste Woche. Und wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, Freunde, weil wir sehen uns erst wieder im neuen Jahr. Es war ein wundervolles 2022 mit euch Edeltalkers. Stimmt, du hast recht. Ciao, ciao.